So Leute, jetzt geht's wohl allmählich los mit den Transfers. Unser FC Hansa hat einen Neuzugang präsentiert, und zwar den 29-jährigen Franz Pfanne. Innenverteidiger, defensiver Mittelfeldspieler, flexibel, einsetzbar, 1,87 groß. Herzlich willkommen. Diese Verpflichtung kam tatsächlich ein wenig überraschend, weil er vor zwei Monaten noch bei seinem alten Arbeitgeber Dortmund II seinen Vertrag verlängerte bis 2026. Dementsprechend muss unser FC Hansa eine Ablöse zahlen. Wie hoch diese ist, keine Ahnung. Sein Marktwert beläuft sich zurzeit auf 250.000 Euro. Der höchste in seiner Karriere, ich schätze mal, 100.000 Euro vielleicht. Also Hansa nimmt Geld in die Hand für einen Liederkämpfer, erfahrenen Drittliga-Verteidiger. Er führte Dortmund II in den vergangenen vier Spielzeiten als Kapitän an. Muss ehrlich sagen, dass ich vorher nicht viel von ihm gehört habe. Mich natürlich schlau gemacht, und das, ja, alles werdet ihr gleich erfahren, was der Franz so drauf hat. Er hat gebürtiger Sachse, Bautzen, bester Senf. Auf jeden Fall bringt er einiges an Erfahrung mit. 103 Drittliga-Spiele kennt sich in dieser Liga bestens aus. Allerdings ist er kein torgefährlicher Defensivmann. Denn in seiner gesamten Drittliga-Zeit kam er nur auf sechs Tore, drei Vorlagen. In der letzten Saison traf er einmal, und das war eher Zufall. Nach einer Ecke stand er richtig abgestaubt beim 5 zu 0 gegen den VfB Lübeck. Natürlich erhoffen wir uns immer so einen Fröde, der dann auch irgendwie viele Scorer-Punkte sammelt. Das ist er auf jeden Fall nicht, wenn man sich die letzten Spielzeiten anschaut. Dafür gab Pfanne aber unter anderem eine sehenswerte Vorlage gegen den VfL Osnabrück. Flanke aus eigener Hälfte bis zum gegnerischen 16er. Die Übersicht war auf jeden Fall da. Ansonsten startete die Karriere in Bautzen, wechselte später zu Dynamo Dresden, wo er auch ausgebildet wurde. Dann ging es zurück nach Bautzen, Rödinghausen und zu guter Letzt spielte er eben eine wichtige Rolle in der U23 vom BVB. Und dadurch, dass er eben eine lange Zeit dort war, weiß er mit jungen Spielern umzugehen, kann sie eventuell an diese 3. Liga heranführen. Eigentlich optimal für unsere zukünftigen Transfers sollten wir demnächst ein paar junge Talente vorstellen, verpflichten. Das war ja der Plan von Amir Shapurzadeh und so einen Führungsspieler brauchst du in den Reihen. Sowas fehlte uns ganz klar in der letzten Spielzeit, welche die auch im Abstiegskampf Nerven bewahren und Spieler hochziehen können. Rossi, Kolke waren die einzigen. Ja, wir müssen mal gucken, welche Rolle Franz Pfanne bei uns übernimmt. Denn am Anfang der Saison 23-24 war er noch als Mittelfeldspieler gesetzt. Dann am Ende in der Innenverteidigung lag wohl unter anderem daran, weil er am Ball eher überschaubar ist und technisch limitiert. Zudem nicht der schnellste. Deshalb spielt er wohl auch nie höher als in der 3. Liga. So ehrlich muss man sein. Wir brauchen auf alle Fälle einen stabilen defensiven Mittelfeldspieler, der die Luftduelle gewinnt. Nicht so wie Bachmann. Ein Fröde 2.0. Das wäre schön, ob wir das mit Franz Pfanne bekommen. Muss man abwarten. Im Mittelfeld suchen wir einen spielstarken Typen. Ob Franz Pfanne diese Lücke schließen kann. Ich sehe ihn eher als Innenverteidiger im System Hollerbach Fünferkette. Und das würde bedeuten, dass wohl Hüsing nicht bei uns bleibt. Außer wir wollen mit drei Brechern an den Start gehen, die nicht das beste Tempo besitzen. Zumindest hat Franz Pfanne eine robuste Spielweise drauf. 10 gelbe Karten aus 34 Spielen sprechen für sich. Des Weiteren scheint der gebürtige Sachse Bock auf diese Aufgabe zu haben. Unseren Verein Hansa Rostock. Er sagte nämlich, als die Anfrage aus Rostock kam, musste ich nicht lange überlegen. Dementsprechend herzlich willkommen. Gebe alles für unseren FC Hansa. Ehrliche Meinung von mir. Mit dieser Verpflichtung macht man eigentlich nichts verkehrt. Solider, gestandener Drittligaspieler. Klar, vielleicht technisch und so nicht der Beste. Aber wenn in nächster Zeit noch ein paar junge, hungrige dazukommen, dann sollten wir gut aufgestellt sein. Eine gesunde Mischung im Team haben. Hoffentlich bringt er die defensive Stabilität zurück. Alles Gute. Herzlich willkommen bei unserem FC Hansa. Was sagt ihr zu diesem Transfer? Franz Pfanne, eure Einschätzung gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich für jeden Daumen nach oben, dass ihr hier wieder zugeschaut habt. Bleibt stabil, haut rein und bis zum nächsten Mal.